Sensation! Dezember-Soforthilfe für viele Millionen Rentner startet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ab dem 1.12.2022 übernimmt der Bund die Kosten für den Dezember-Abschlag für Gas und Wärme. Damit entlastet er in der Tat Millionen Rentnerinnen und Rentner als Gas- und Fernwärmekunden spürbar, um den Zeitraum bis zur Gaspreisbremse zu überbrücken. Die soll ja, wenn möglich sogar rückwirkend, dann ab dem 1. Januar 2023 in Kraft treten. Das wäre uns wirklich allen sehr zu wünschen. Das Gesetz über die Dezember-Soforthilfe ist ja schon am 19. November 2022 in Kraft getreten. Das Gesetz regelt konkret, wie Verbraucherinnen und Verbraucher bei den Kosten für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme für den Monat Dezember entlastet werden. Für Bezieherinnen und Bezieher von Erdgas heißt das zunächst, dass im Dezember die Pflicht entfällt, vertraglich vereinbarte Voraus- oder Abschlagszahlungen zu leisten. Dennoch gezahlte Beträge müssen Erdgaslieferanten in der nächsten Rechnung berücksichtigen. Von dieser Soforthilfe profitieren Haushalte, die Gas- und Fernwärme nutzen, ihnen sowie kleinen und mittleren Unternehmen, die über Standardlastprofile abgerechnet werden und vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, weniger als 1,5 Millionen Kilowattstunden Gas im Jahr verbrauchen. Das dürften die wenigsten der Verbraucherinnen und Verbraucher, Rentnerinnen und Rentner hier in Deutschland tatsächlich solche Verbräuche haben. Das bezogene Erdgas darf dabei nicht zu kommerziellen Strom- oder Wärmeerzeugungszwecken genutzt werden. Ebenfalls bezuschusst wird der Bezug von Erdgas in Mietwohnungen oder durch Wohneigentümergesellschaften, Gemeinschaften. Unabhängig vom Jahresverbrauch werden ebenfalls berücksichtigt, und das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig, Kindertagesstätteneinrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, zugelassene Pflegevorsorge, Rehabilitationseinrichtungen, staatlich anerkannte oder gemeinnützige Einrichtungen des Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsbereichs sowie Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Ab dem 1. Dezember 2022 startet auch eine Reihe von weiteren anderen Maßnahmen zur Entlastung der explosionsartig gestiegenen Energiekosten. Unter anderem dürfen sich viele Millionen Rentnerinnen und Rentner neben der Dezember-Soforthilfe auf die Energiepreispauschale für Rentner in Höhe von 300 Euro freuen. Diese wird ja bis zum 15.12.2022 ausgezahlt. Näher zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.